Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das Thema Automatikgetriebe. Dafür haben wir hier einen BMW F11 aus 2015 Facelift mit dem 8-Gang-Getriebe. In diesem Video werden wir euch alles, was es zum Thema Automatikgetriebe zu wissen gibt, erzählen. Ob eine Spülung sinnvoll ist, was der Unterschied zwischen Spülung und Ölwechsel ist. BMW sagt, das Getriebe ist lebenslange Füllung bzw. wartungsfrei. Was ist denn tatsächlich die Wahrheit und was sollte man machen, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn ihr zu BMW fahrt und fragt den Servicetechniker, muss denn mein Automatikgetriebe gewartet werden, werden alle Servicetechniker Deutschlands bei BMW sagen nein. Wie kann das denn sein? Ein Öl verliert natürlich seine Eigenschaften. Das hat jeder von uns irgendwie gelernt und versteht auch. Deswegen machen wir auch den Ölwechsel im Motor alle zwei Jahre oder nach einer bestimmten Laufleistung. Ein Getriebeöl ist ja nicht viel anders als ein Motoröl. Genauso verliert das natürlich auch seine Eigenschaften. Wie kann es dann sein, dass BMW grundsätzlich sagt, ihr Getriebe ist sozusagen wartungsfrei? Die sagen nicht, es ist wartungsfrei, sondern die sagen, es ist eine lebenslange Füllung. Und lebenslang ist ein dehnbarer Begriff. Für BMW ist lebenslang folgendes. Die Fahrzeuge oder der primäre Kunde ist Leasing. Das bedeutet, das Fahrzeug wird vier Jahre geleased, derjenige fährt 20.000 Kilometer im Jahr, das Auto ist vier Jahre alt, 80.000 gelaufen, das Leben des Fahrzeugs ist im Endeffekt vorbei. Wenn das Fahrzeug älter ist, sollte man natürlich das Fahrzeug warten, beziehungsweise das Getriebe warten. Deswegen sagt auch der Hersteller des Getriebes, die Firma ZF, denn von ZF wird das Getriebe von BMW gekauft, dass eine Getriebespülung bei 80.000 gemacht werden muss. Andere Hersteller, wie Mercedes oder die VAG-Gruppe, sagen das genauso. Die sagen, bei 60.000 muss eine Getriebewartung gemacht werden. Alle kochen mit Wasser. Daher ist es auch verständlich, dass ein Getriebe, was BMW selber halt einkauft, genauso Wartungsintervalle einhalten muss, wie auch Getriebe anderer Hersteller. Denn, wie gesagt, die arbeiten alle gleich und sehnlich mit Öl. Verwirrend sind die beiden Ausdrücke, Getriebeölwechsel und Getriebespülung. Der Unterschied ist der, wenn man an einen Ölwechsel denkt, ich zumindest denke, es wird das gesamte Öl gewechselt, ist leider bei dem Getriebe nicht der Fall. Bei dem Getriebe, bei einem Getriebeölwechsel, wird Folgendes gemacht. Das Öl, was in der Ölwanne sich befindet, sind genau drei Liter, die werden gewechselt. Das heißt, die neue Ölwanne wird abgebaut, die neue wird eingebaut und das Getriebe wird befüllt. Das Getriebe an sich hat aber eine Füllmenge von 9,5 Litern. Nicht im Getriebe selber, sondern wir haben natürlich auch Leitungen vom Getriebe zum Getriebekühler. Wir haben einen Wandler und wir haben natürlich auch einen Getriebekühler. Das heißt, die gesamte Füllmenge sind 9,5 Liter. Wenn ihr also einen Ölwechsel machen lasst, dann werden nur drei Liter der 9,5 getauscht. Deswegen kann man natürlich einen Ölwechsel machen bei 30.000, bei 40.000. Aber wenn ihr eine Laufleistung habt über 80.000, dann ist ein Ölwechsel nicht mehr sinnvoll. Dann sollte eine Spülung gemacht werden, denn so zum Beispiel sieht ein Öl aus bei 80.000. Ihr seht, wie schwarz das ist. Das Öl sollte normalerweise sehr hell sein. Wie hell, zeige ich euch hier. Das ist das originale Öl von ZF, von dem Hersteller des Getriebes. Und ihr seht, wie zum Beispiel ein neues Öl aussieht. Man darf nicht vergessen, das Getriebe an sich ist nicht wie der Motor. Bei dem Motor ist es klar, wenn ihr einmal den Motor startet, dann ist das Öl sofort schwarz, vor allem bei dem Diesel. Im Getriebe haben wir kaum Temperaturen. So ein Getriebe arbeitet zwischen 60 bis 100 Grad. Das heißt, wenn das Öl so eine Farbe hat, dann ist es einfach wegen dem Verschleiß. Wenn das Öl so aussieht, wie kann dann BMW sagen, das ist lebenslang oder wartungsfrei? Weil einfach der Markt von BMW oder der Kundenstamm hauptsächlich gedacht ist an Neufahrzeuge. Und deswegen ab 80.000 ist für BMW dieses Fahrzeug sowieso angeschrieben. Wenn man das Öl nicht wechselt, natürlich wird das Getriebe halt fahren. Die Frage ist halt nur, wie lange. Und oft ist es einfach so, dass man auch keinen, wie soll man sagen, schlechten Schaltungen merkt. Ein Motor, wenn er den Ölwechsel nicht macht bei 25.000 oder bei 50, der wird bis 50.000 auch fahren. Nur der Verschleiß wird natürlich immer mehr und mehr. Und die Frage ist halt, wann es soweit ist, bis das Getriebe kaputt ist. Genauso beim Motor. Der Motor wird laufen, aber irgendwann läuft er halt nicht mehr. Das Problem bei euch wird einfach sein, irgendwann müsst ihr die Spülung machen. So oder so. Ihr habt keine andere Wahl. Nur wenn ihr die Spülung zu spät macht, dann habt ihr eine Verschleißgrenze überschritten, die man natürlich nicht mehr wegzaubern kann. Und dann wird nach der Spülung das Getriebe natürlich auch weiterhin schlecht schalten. Denn man sollte die Spülung vorher machen, solange das Getriebe noch vernünftig schaltet. Denn ihr müsst verstehen, mit einer Getriebespülung repariert ihr kein Getriebe. Das ist nur eine Wartung, wo ein neuer Filter inklusive Wanne verbaut wird. Das Getriebe wird komplett durchgespült und dann habt ihr eine benünftige Füllung. Wie funktioniert überhaupt so ein Getriebe und wieso ist so eine Spülung wichtig? Ich erkläre das ganz kurz. Wir haben im Getriebe Lamellen. Das heißt, die Lamellen werden zusammengedrückt. So sehen zum Beispiel Lamellen aus. Wir haben Lamellenpakete. Das heißt, im Getriebe wird ein bestimmter Druck aufgebaut und danach, je nachdem wie der Druck vorhanden ist, werden die Lamellen zusammengedrückt und ein bestimmter Gang wird eingelegt. Wie funktioniert das? Es funktioniert über eine Mechatronik. So sieht die Mechatronik aus. Und die Mechatronik hat hier Ventile. Je nachdem, welchen Gang wir eingelegt bekommen, wird eins dieser Ventile aktiviert. Und dieses Ventil hier vorne haben wir Wellen. Dieses Ventil aktiviert die Welle und die Welle dreht sich. Daher sorgt die Pumpe des Getriebes dafür, dass in die Mechatronik Öl reinfließt und durch diesen Ölfluss oder diesen Öldruck werden die Lamellen zusammengedrückt. Und so wird entsprechender Gang eingelegt. Warum ist das problematisch, wenn ich die Spülung zu spät mache? Ganz einfach. Ein Getriebe funktioniert, wie wir jetzt gelernt haben, über Druck. Der Druck kann nur gehalten werden mit Gummis. Deswegen haben wir in dem Automatikgetriebe Gummis. Die sehen ungefähr so aus. Was ist das Problem bei Gummi? Wir haben die Problematik, wenn ein Gummi für eine bestimmte Temperatur ausgelegt ist und wir aber eine höhere Temperatur haben, weil wir das Öl nicht gewechselt haben, dann haben wir natürlich mehr Reibung. Durch die mehr Reibung haben wir natürlich mehr Temperatur. Und durch diese mehr Temperatur werden diese Gummis hart. Wenn die hart werden, dann dichten sie natürlich nicht ab. Denn durch diese Gummis läuft halt das gesamte Öl. Wenn jetzt zum Beispiel das Gummi hart geworden ist, dann läuft das Öl unter oder oberhalb des Gummis vorbei. Und das Getriebe braucht länger, um den notwendigen Druck aufzubauen. Denn man muss sich ja so vorstellen, damit die Lamellen zusammengedrückt werden, muss ein Druck aufgebaut werden. Der Druck muss ja eine bestimmte Zahl haben oder eine bestimmte Messeinheit, zum Beispiel Druck X. Wenn aber sozusagen viel des Öls an den Gummis vorbei fließt, dann braucht natürlich das Getriebe länger, um den Druck aufzubauen. Warum ist das denn schlimm, denkt ihr euch? Ganz einfach. Es ist genauso wie bei einem Schaltgetriebe mit einer Kupplung. Die Fahrschüler können normalerweise noch nicht so fahren. Deswegen ist bei den Fahrschulfahrzeugen die Kupplung schneller fällig. Genauso ist es hier. Wenn wir zum Beispiel den Druck aufbauen, aber noch nicht genug Druck haben, um die Lamellen zusammen zu drücken, reiben die Lamellen aneinander. Und das ist sozusagen das Ergebnis. Man sieht hier, die Lamellen sind zum Beispiel verschlissen. Und das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen, dass der Getriebedruck sofort da ist. Damit, wenn das Getriebe die Lamellen zusammendrücken möchte, dass sie sofort zusammendrücken oder gedrückt werden und nicht aneinander reiben. Und wenn wir einfach die Sprühung zu spät gemacht haben, dann sind diese Gummidichtungen halt schon verschlissen und das Getriebe braucht zu viel Druck, um das aufbauen zu können. Wie der Zustand dieser Gummidichtung ist, können wir anhand der Adaptionswerte des Getriebes feststellen. Nur das Problem ist zum Beispiel, wenn ihr die Sprühung zu spät macht, dann sind diese Gummidichtungen schon kaputt und die müssen getauscht werden. Bei dem 6-Gang-Getriebe war das etwas einfacher und die Getriebe waren auch robuster. Bei dem 8-Gang-Getriebe zum Verständnis. Wenn ihr soweit seid, ich hole mal kurz eine Lampe, wenn es soweit ist, dass die Gummidichtungen sozusagen verschlissen sind, dann ist das eine sehr teure Angelegenheit. Die kostet doppelt so viel wie eine Spülung. Das heißt, damit diese Gummidichtungen getauscht werden müssen, muss die Mechatronik ausgebaut werden. Hinter einer Mechatronik sind diese Dichtungen. Nur, es gibt diesen Dichtungssatz nicht einzeln. Das muss man verstehen. Um diesen Dichtungssatz zu kaufen, muss man eine Art Reparatursatz fürs Getriebe kaufen. Und der ist sehr, sehr, sehr teuer. Das heißt, der Reparatursatz alleine kostet um die 450 Euro. Nur der Reparatursatz. Wir verwenden zwar von dem Reparatursatz nur ein Fünftel, aber wir können nur den komplett kaufen. Deswegen ist auch zum Beispiel so eine Wartung, wo die Gummis getauscht werden, auch sehr teuer. Daher sollte man die Spülung rechtzeitig machen, damit es halt nicht so weit kommt und ihr dann so viel Geld investieren müsst. Und leider ist es halt so, dass mit den restlichen Teilen von diesem Reparatursatz können wir nichts anfangen. Denn der Reparatursatz ist ja für das gesamte Getriebe gedacht. Und diese einzelnen Dichtungen, die gibt es halt nicht einzeln. Daher können wir euch den Reparatursatz auch wieder mitgeben oder wegschmeißen. Wir können damit halt nichts anfangen. Deswegen, damit das nicht passiert, muss man halt die Spülung halt vernünftig machen und rechtzeitig. Was ist bei der Spülung zu beachten? Weil wir haben natürlich auch viele Zuschauer, die auch weit her zugucken und nicht alle zu uns kommen können. Wenn ihr euch für eine Spülung entscheidet, dann ist es eine sehr gute Entscheidung. Macht das auf jeden Fall. Nur achtet Folgendes. Wenn wir so ein Getriebe spülen, brauchen wir für eine Spülung 18 bis 20 Liter. Ihr habt richtig gehört. 18 bis 20 Liter. Warum ist das so? Wenn ein Getriebe eine Füllmenge von 9,5 Litern hat, ist es nicht so, dass wenn wir zum Beispiel mit 10 Liter spülen, dass das Getriebe komplett sauber ist. Denn wir spülen immer zu zweit. Der eine sitzt oben und schaltet die Gänge. Wenn der Gang geschaltet wird, kommt eine Öllache, schmutziges Öl raus. Wir spülen nicht im Leerlauf. Das heißt, wenn ein Betrieb im Leerlauf spült, dann hat er keine Ahnung. Denn die Mechatronik, die sorgt erst dafür, dass die Gänge sozusagen, die Gänge werden ja durch die Mechatronik aktiviert. Die Mechatronik hat ja ganz viele Kanäle und die wollen wir auch rausspülen. Deswegen müssen alle Gänge geschaltet werden bei einer Spülung. Deswegen brauchen wir auch sehr viel Öl, um eine Spülung so zu machen, dass das Öl komplett sauber ist. Wichtig ist auch, dass man ohne Chemie spült. Es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, mit Chemie zu spülen. Dann wird da so gemacht, man nimmt eine Chemie, packt die Chemie in das schmutzige Öl rein und spült mit schmutzigem Öl in Chemie. Das ist komplett bescheuert, weil das Öl, das schmutzige Öl hat Abrieb, Abrieb oder Lamellenabrieb. Der Lamellenabrieb, was die Lamellen sozusagen, ja, der Lamellenabrieb an sich, der ist halt nicht magnetisch. Deswegen bleibt er halt nicht an den Magneten von der Ölwanne hängen, sondern schwimmt weiter im Öl. Wenn ihr also in ein altes Öl mit Lamellenabrieb einfach eine Chemie packt, dieser Lamellenabrieb bleibt ja trotzdem da und wir verteilen ihn weiterhin im gesamten Getriebe. Das ist komplett sinnlos. Warum machen die Leute das? Weil sie Geld sparen möchten. Das heißt, eine Werkstatt möchte natürlich maximal lukrativ arbeiten. Das heißt, je weniger Öl ich verwende, desto mehr Gewinn mache ich. Aber ihr als Endkunde müsst gucken, dass ihr für euer Getriebe halt verantwortlich seid. Deswegen schaut, was Sache ist. Auch die Öle. Zum Beispiel, wenn wir spülen, nehmen wir originale ZF-Öl. Natürlich ist so ein ZF-Öl sehr teuer. Eine Dose, ein Liter ZF-Öl kostet 25 Euro. So, wenn wir halt, sagen wir mal, 18 bis 20 Liter spülen, kostet das Öl viel Geld. Eine Ölwanne, zum Beispiel original, kostet 180 Euro. So, natürlich könnte man jetzt billiges Öl nehmen, Zubehöröl. Da kostet zum Beispiel ein 20 Liter Kanister 100 Euro. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Den Rest kann man natürlich sich in die Tasche packen. Genauso auch eine Ölwanne. Man kann eine Ölwanne nehmen, die 50 Euro kostet im Vergleich zu einer Original, die das mehr als dreifach kostet. Nur ein Getriebe kostet 9.000 Euro. Wenn man schon Geld investiert in eine Spülung, dann sollte das Ergebnis maximal vernünftig sein. Deswegen sollten da keine Zubehörteile verwendet werden, weder Öl noch Ölwanne. Und, ganz wichtig, wenn ihr euch das Getriebe spülen lasst, muss das Getriebe mit einem BMW-Tester befüllt werden. Nicht mit einem Bosch- oder Guttmann-Tester, nicht weil die anderen Tester schlecht sind, sondern nur ein BMW-Tester sagt einem, wie man das Getriebe vernünftig befüllt. Denn ihr wollt ja, dass das Getriebe genau befüllt ist und nicht Pima Down. Denn es muss an einer bestimmten Temperatur befüllt sein, es muss ein bestimmter Ablauf gemacht werden, Gänge müssen geschaltet werden, damit das Getriebe die richtige Füllmenge hat. Denn wir haben häufig Kunden, die lassen das Getriebe irgendwo anders spülen, wundern sich, dass das Getriebe nicht richtig schaltet. Natürlich schaltet das Getriebe nicht in Ordnung, wenn ihr an dem Öl spart, an dem Filter und Ölwanne spart und das Getriebe ungefähr befüllt. Deswegen sollte man halt diese Sachen beachten, dann werdet ihr auch wirklich lange Spaß an dem Fahrzeug und an dem Getriebe haben. Ich denke mal, ihr habt alles selber in der Hand. Wenn ihr ein Angebot habt für eine Spülung und ihr seht, ihr werdet in der Spülung, oder euch werden nur 9 oder 10 Liter Öl sozusagen angeboten, dann könnt ihr selber rechnen und verstehen, dass da das Ergebnis nicht vernünftig sein wird. Genauso auch mit der Ölwanne. Das ist alles relativ plausibel. Rechnet einfach aus, dass allein Öl inklusive Teile kosten uns im Einkauf um die 600 Euro. Nur die Teile, ohne jetzt irgendwelche Arbeitskosten reinzurechnen. Wenn ihr natürlich irgendwie Angebote bekommt, dann könnt ihr selber euch den Rest halt denken. Ich denke mal, mehr gibt es an dieser Thematik nicht zu sagen. Guckt einfach, dass vernünftige Sachen verwendet werden und dann werdet ihr auch lange was von dem Getriebe haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.